... Rumeliges Kreise stören soll, Eckball. Und Tor von Kalf. Und Robert ist er gepflegt. Elf Meter. Seht ihr wieder, so wie er ihm mit der Hand die Beine wechselt. Kalf könnte sein zweites Vormachen und der deutschen Nationalmannschaft da an ihr Sorgen nehmen. Zwei zu nö. Da ist nichts zu halten. Zwei zu nö für die... Und Rumeliges Schorf fällt ihm auf den Fuß und er schießt das Scheiß gelöst. Ein Geschenk, ein Geschenk wird geschenkt. Hins Fehler. Das war ein Fehler von...